Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, um in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Paz-Situation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? Fünf Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Weg da. Ich will weitermachen. Hey, Hendrix. Wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von dem, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantänezone. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operation vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert. 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Coalescence-Anlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgeworfen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerichtet in uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technik-Schmuggeln. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Oh Mann. Ich könnte gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Mh, mh, schwacke frei. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss erkennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig dem froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggewegt wirst. Okay, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendricks. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Dobs-Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsverbel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Witz nur abkommt, immens Schaden. Wir warten auf Informationen über einen Dronenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Ihr müsst es sicher gehen. Verstanden. Sind auf dem Weg. Aktivität voraus. Bleib unten. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendricks. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Los, Kröller, ab. Ich hab da auch... Ich will auf. Wir müssen in Deckung gehen. Los! Achtung! Ein Kampfwagen kommt! Schau frei mit Körner! Scheiß Wichser, Alter. In dem gewollten Zweiter Stock! Ich will auf Namen. da oben ach das ist gar nicht der Schwarm, oh wie braucht ihr den Schwarm jetzt boah wie war das mit dem Schwarm das mal boah ich breche jetzt essen ach ja boah wie war denn das mit dem scheiß Schwarm nochmal ach ja der ist wohl lieb der Penner ja boah komm da alles sicher geht doch das war ein verdammt harter Bursche daran zweifle ich nicht die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran der Supersturm wird immer verheerender je höher wir kommen platzier gleich den Bolzentreiber und halt dich gut fest ich nicht ich nicht oh ja er springt hier wieder nicht hoch wir wenden keine Zug setze den Bolzentreiber ein jetzt benutzen den Bolzentreiber jetzt fest konnte mich jetzt schon an das spiel kannst du gar nicht hoch also black ops 3 ist gerade richtig für den arsch oh ja sind die wieder tisch im weg ist so stark der sturm wird nur noch stärker wir gehen rein oh ja du bist die pfeife hendrix rein kann er nicht spinnen kann er gar nicht